Die freiwillige Alm-Gedanken-Selbstkontrolle hat ergeben, dass die folgende Sendung nicht wirklich jugendfrei sein könnte. Bei Errötung und anderen Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an einen nahestehenden Menschen und handeln Sie eigenverantwortlich. Morgen! Echt schön Frühling. Obwohl ich ja was gestehen muss. Und die letzten Tage, oder eigentlich, wo könnte man fast schon sagen, nahezu zwei Wochen habe ich wenig Zeit richtig draußen verbracht. Das meiste war vor dem Gebetshaus. Da stehe ich dran, da nehme ich immer die Alm-Gedanken auf zum Aufnehmen von Gesängen. Und dann später am Computer, um das Gebet für den kommenden Sonntag fertigzustellen. Geht um Erzengel-Metatron, da mache ich am Schluss nochmal eine kleine Einblendung mit der Bitte und Einladung. Seid dabei! Es war auch für mich krass, da was durchzuziehen, wo man, das wäre erst die Info und dann sagt man jetzt echt jetzt, wie soll das denn funktionieren? Und nachher, wenn dann alles zusammengefügt ist, man hat die Teile alle aufgenommen, arrangiert und plötzlich gibt es ein Bild, das definitiv nicht meins ist. Na ja, da will ich gar nicht von drüber reden, sondern Frühling! 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 Die ist ja besonders früh, in anderen Teilen auch. Ja, und dann gibt es ja so Frühlingsfeste. Darüber möchte ich heute Morgen erzählen. So, aber da das so persönlich ist, habe ich mir mal heute was ausgedacht, um das so ein bisschen anonymer für mich zu machen, weil es ist mir eine Grenze peinlich, das zu erzählen. Also, Check-A-Modus an! Psst, damit das auch niemand so mitbekommt. Also, es geht um ein Fest. Beltane. Frühlingsfest. So, die werden gefeiert und das ist toll. Alte Feste sollen gefeiert werden und die sollen, ja, jetzt erzähle ich euch mal eine Erfahrung. Es ist ein Frühlingsfest, aber es ist auch ein Fruchtbarkeitsfest. Da kann man sich ja ein bisschen einlesen oder die meisten wissen das eigentlich auch. Aber es ist viele Jahre her, kann ich ja schon so sagen. Da war ich oben an der Ostsee und habe da gearbeitet. Damals noch im Zelt. Mit meinem alten Bulli, meinem T3, ich weiß nicht, wer den noch kennt, da war ich damals unterwegs. Wer den nicht kennt, hier mal ein kurzes Bildchen davon, auf den war ich so stolz. Das Schätzchen hat mich da tausende von Kilometern rumgefahren. Also, auf jeden Fall, ich war da oben unterwegs und da war ein Beltane-Fest. So, Beltane. Und ich sagte schon, oh, okay, da sollte ich hinkommen, habe ich eingeladen worden, ob ich da nicht was machen kann, singen kann ein bisschen dazu und so ein bisschen so eine Einstimmung. Klar, habe ich gesagt, aber so richtig machen wir das nicht. So, wieso, sage ich dann. Ja, also, das war dann da, das waren nette Menschen da, da waren so Frühlingsgrenze aus Blumen waren da, geflochten und Grillerei und Musik und alles schön und Feuer, 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 Feuer. Ja, so, und irgendwann habe ich dann gesagt, so, und habe ein bisschen was erzählt von dem, was ich damals wusste, so, und habe gesagt, aber so richtig feiern wir das nicht, weil es ist ein Fruchtbarkeitsfest, aber wir gedenken mal der alten göttlichen Wesen, ja. Und ich habe dann so die alten Nordischen angerufen, aber auch den Hirschgott, ja, der Hirschgott, der Agile, der Agile, der Tjernunon, der. So, und habe ihnen gedacht, also, also, habe gesagt, ich, wir ehren, ich ehre dich, aber wir gedenken dir, aber, ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ich habe auf jeden Fall nicht gesagt, komm in unsere Reihen. Und habe dann gesungen mit der Trommel, habe dann gesungen und das war irgendwie ganz schön, also, ich fand das ganz schön, ich glaube, die anderen auch, die sind nämlich nicht weggerannt, also, die waren dann alle da und, ja, und dann ging das so weiter. Und dann ein bisschen gegessen und dann wird Musik gespielt und wurde ein bisschen getanzt und ich habe relativ früh, so, so gegen 11 Uhr, habe ich dann gesagt, so, ich verabschiede mich jetzt, weil ich hatte den nächsten Klienten, den hatte ich um 8 Uhr morgens schon, ja, weiß ich, das war sehr früh, 8 Uhr morgens und habe gesagt, so, tschüssi, Kowski, ich gehe da mal, viel Spaß noch. So, und dann ging Beltane bei mir eigentlich erst los. Und zwar lag ich dann in meinem Bulli, ich hatte ein bisschen Alkohol getrunken und habe gesagt, nee, nee, da schläfst du jetzt mal, das waren so, weiß ich nicht, 15 Kilometer, 15 Kilometer bis zum Zelt zur Arbeit. Und ich habe gesagt, das kann ich morgen früh auch noch eben machen, mir noch einen Kaffee reinknallen und dann geht das schon, ja. Also, ich war nicht sturzbetrunken, das weiß ich noch, aber einen leichten Pegel, jawohl, nach der Beltane Anfangsfeier. So, und dann liege ich dann da in meinem Bulli und plötzlich war er da. Deus Gott. Und ich so, ach, du Heiland, was ist denn jetzt los? Alles klar? Und dann war nur ein Satz immer. Es ist nicht vollzogen worden. Ich sage, wie bitte? Es ist nicht vollzogen worden. Und da ist mir klar geworden, ach, du meine Güte. Und erst wollte ich es ignorieren. Entschuldigung. Und übrigens ein guter Satz, da hören die manchmal drauf, meistens oftmals, gerade so das kleine Volk, wenn man Dinge übertritt oder bei den Elben, bei den Elben, Elfen ein bisschen anders, die sind ein bisschen strikter, aber mit ein paar Geschenken. Manchmal kann man einfach sagen, ich bitte um Entschuldigung aus Unwissenheit. Ich wusste es nicht. Ich habe was übertreten und sorry. Ist manchmal ganz hilfreich. Nur mal so, by the way. Also, der war da da und erst mal dachte ich so, na. Und dann bin ich in so einen ganz fieberigen Traum gekommen. Irgendwie. So, und dann war der aber immer noch da. Ja, also der ging nicht weg. Und dann immer, es ist nicht vollzogen worden. Ich weiß nicht, ob er das kennt. Ja, klar kennt er das, in so einem Traum zu sein. Und es wiederholt sich. Und es wiederholt sich. Wiederholt sich. So. Und irgendwann, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein paar Stunden später, da habe ich gesagt, Schluss jetzt. Da war der immer noch da. Ja. Dann habe ich gesagt, okay. Also worum es ging, ist eigentlich klar. Es ist nicht vollzogen worden. Das ist ein Fruchtbarkeitsfest. Das wurde früher auch so gefeiert. Und da muss Samen fließen. Punkt. Paarung. Ja. Und das ist nicht vollzogen worden. Ich hatte ihn gerufen und er war, ah, ich bin da. Und dann hatte ich hier einen Bulli. So. Ja, was machst du jetzt? Jetzt kommt die Sonnenbrille. So. Und so einfach. Selbst ist der Mann. Ich habe Samen fließen lassen. Und als das geschehen war, schubsdiwups, sagt er, okay, das reicht mir. Also. Die Feste sind ja dann bald wieder. Und das wird ja teilweise auch öffentlich gemacht in den Gruppen. Darauf gehe ich gar nicht. Aber wer auch immer dahin geht, so als Paar vielleicht oder so zu so einem Festchen, denkt immer daran, es könnte keine schlechte Idee sein. Zu vollziehen. Und das waren jetzt so ein paar wilde frühlingsheidnische Ratschläge. Ja, fein, ey. So. Und jetzt den Bogen wieder zu kriegen, der ist echt schwer. Da ist mir keine journalistische wirkliche Klammer eingefallen. Also von, es muss Samen fließen zu der kommenden Meditation am Sonntag, die über einen Erzengel geht, die kriege ich nicht hin. Aber egal. Ich blende es jetzt hier nochmal ein. Herzlich willkommen. Hat mich, war die längste Vorbereitung. Vorbereitung von allen ist über 50 Minuten geworden. Lange Meditation. Ja. Welcome, welcome, welcome. Ich freue mich sehr. Bin auch sehr aufgeregt, weil, wie ich am Anfang gesagt hatte, als die Info kam, das machst du jetzt. Habe ich gedacht, ey, geht's noch? Ja? Echt jetzt? Jo. Und es ist fertig und es ist schön. Und jetzt haben sich schon einige, 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 einige angemeldet. Wird wieder eine feine Gruppe sein. Also, jetzt versteht ihr auch die Sonnenbrille. Namaste. Das Schönste und Beste wünsche ich euch für diesen Tag und den nächsten Tag. Und den Rest des Frühlings übrigens. Bis dann. Ciao. Musik